so ihr lieben herzlich willkommen hier zurück in der jaja akademie und jetzt machen wir ein bisschen hilfe leisten oder so mal gucken ein bisschen hilfe ein bisschen ich bin wirklich wieder aufsett eigentlich, ich denke ich geh zu tun dann wäre es wie du dich zu tun oh, guck mal hier kommt jimmy einfach schlauch es, gärbe du hast du zu sein oh, ich entschuldige ich konnte nicht sagen, ich hatte in der jaja sass mich schau mal, man du bist etwas aus aus aus? ich bin aus aus? du bist etwas zu interessant, sie sich selbst Freund. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Not good. I can't believe I switched my meds again. I'm harassing some old homeless guys fun. It is. So, let's see. Hey Jimmy, tell me. Would you like to go with his own pants? Oops. Then let's see, if we can find someone behind the school bus. Upwarded. Let's see. I'm still new here. Did you ever dress like a boy, to get to play? Hello. Rothaare. Haarigel. I keep matching myself and chargeable. Hmm. Why would Mr. Hatchery call me a dwarf? I'm a little old boy. I'll see if he has hair. So. You made my hit list. Hey Jimmy. Hey Jimmy. So. Here should someone be lying. What do we have here? Oh, maximum. Oh, maximum. Tadadadada. Ah. Tadadada. Moment. Nein, I have to go here. So. Guck mal. Hallo. Is here someone? Is here a person? Ist here a person? jemand oder ist hier keiner ich habe diesen Mann, was Welfare Payments komm, lass uns hier raus just get out of here kid why should I? because otherwise I'll kill you what's your problem? that's a long story you got any liquor? no, I'm 15 what about drugs? no alright then tough guy, kill me you know what kid I like your style you got guts when I was on that ridge in Korea watching my buddies get killed by friendly fire I could have used somebody like you yeah? thanks but I bet you can't fight you do me a favor and I'll show you some real moves classified moves real special army stuff cool just get me a part for my radio and I'll show you what the army taught me what like how to get shot by your own side exactly find a transistor what are you doing here without a radio part ok yeah I have to look at where this part is man you penner haha you Säufer the X is somewhere in this direction here hmmm ok I come from here so ok let's see up ok auf den unterricht man hier draußen ist mehr los was macht das ding denn hier ok eins von sechs holla die waldfell wunderschön dann steige ich mal wieder hinab wie kommt mir auch bekannt vor das leider runter so dann werden 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 lässt du mich mal in ruhe das muss ich noch mal gucken der bus der bus der bus mit dem bus marie schluss moment noch ein armband hier was gesagt und gummi sowie sammelkarte ok da haben wir noch eine gefunden so mal sehen wie komme ich jetzt am besten zum bus hin ähm ähm hm hm ja lass mich manu Okay, ja ist ja gut, lass mich doch in Ruhe, Mensch. Okay, du hast wieder so eine Fette, die ganz die Pralin frisst. So, genau, jetzt hier rum. Die anderen sind ja auch nicht in der Klasse, die hier rumlaufen, also. So, Kollege, ich hab was für dich. Ja. So. 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 Hm. Okay. Aber wenn ich hier auf die Karte, man kommt ja einfach nicht raus. Hm. Da oben ist die Straße. Hm. Man kommt hier im Moment noch nicht nach draußen. Äh. Bam, 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 bam. Nee. So, nee. Alles andere beim Moment. Wir müssen wohl erst mal noch ein paar Sachen lernen, oder was, damit wir hier raus können. Warte, warte, warte. So. Ähm. Wo? Hahaha. Okay, auf einmal kommt da einer raus. Jaaa. Aber draußen ist auch noch keine Säder. Ja. Uh-huh. Hey! What do you say, friend? Hm. I transposed everyone else's around. I'm not myself. It's like a kid. Hi. Hi. Your move, Dillweed! Hey! I wish I could go to school seven days a week! Idiot! Hey, come on. Good day, my friend. I'm not sure. No escape from the train. That's good. Somebody wants to be handicapped! I'm gonna tell on you! Oh, come on! Next time, I'm gonna. Hi, it's me, shall we? It's pretty good. Yes, yes. Oh. No, no. Haben wir hier was? Nein. Cool, sind ein paar neue Sachen dazu gekommen. Vorher waren nur zwei Seiten, jetzt haben wir fünf Seiten. Das Pflücken der Blumen vor dem Mädchen Flapsort ist untersagt. Okay. Hm. Das ist so nicht cool. Ich werde euch allen sagen. Ich verstehe einfach nicht die Gedanken von Troublemakers. Gut. Die Klinge leuchtet jetzt hier auf. Dann schau mal. Jetzt ist sie allerdings wieder hinter mir. Äh. Das heißt, müssen einmal ums Gebäude rum. Hm. Hm. Ich renne hier vor. Hier soll ich hin. Äh. Warum denn das? Da runter. Hm. Okay. Dann auf zum Sport. Sport 1. Haha. Alright, Winsch. It's time for some wrestling instruction. This will require physical contact between you and your opponent. Don't any of you enjoy it? Hm-mm. Ist das wie vor von Hamburg oder? BAM 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 you don't want to touch me my smell is contagious Ich hatte es doch... Na ja, er war doch erst mal... Oh! Hopkin, stopp' mich, such a girl! Bullworth Bullhorns, go, go, go! You don't want to touch me! My smell is contagious! I'm gonna die of embarrassment! I love the sound of boys hurting each other! I have so many years ahead of me! Don't do it! My esteem fall any lower? Bullworth Bulls, Bullworth Bulls, Bullworth Bulls! Come on, boys! Show me what you got! Bullworth Bulls, Bullworth Bulls, Bullworth Bulls! I shall miss! Bullworth Bulls, Bullworth Bulls! Bullworth Bulls, Bullworth Bulls! Yeah! Bullworth Bulls are better than the Reds! Yay! My gold bladder! Let that grin off your face, Hopkins! You're not as good as you think! Okay. So, wieder raus. An die Luft. Lass mal gucken. Rette Al-Ghi steht da. So, dann guck ich mal, wo wir die retten können. Wie das auch immer gemeint ist. Äh... Ich weiß nicht, wie viel ich hier machen muss, bis ich dann irgendwann mal nach draußen kann. Aber mal gucken. Rette Al-Ghi... Haha. Haha. So, you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio-what? Sociopath. It means, never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. No. Two bucks? Thanks. Great. Five bucks. Let's go, buddy. You know, Lola? She's really hot and actually talked to me the other day. I think maybe she wants to be my girlfriend or something. I actually talked to a real girl today. Yeah, should I go ahead or what, huh? Oh, great. Hey, you're a brilliant one. Go away. Do you really have to pee when you get nervous? I do. I get nervous a lot. Hey, Algernon. I heard you wet your bed again. Get. Yeah, get. No, 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 no. Hello. What's going on here? Was ist das? Das ist falsch! Ich bin deine Freundin! Ich muss mich nicht verletzen! Bitte bleiben Sie uns! Nicht vergessen! Ich werde dich gewinnen diesen Moment. Wo kommt der denn her? Sag mal! Seltsam! Ähm, warte mal runter! So, komm! Muss ich jetzt nochmal da nach den Typen hin? Ja, ne? Genau. Aber wir können ja zum Glück überspringen! So, dann überspringen wir das Ganze mal. Hm. Ich soll den einen verkloppen und dann auf einmal kommt der, der Wächter da, der Aufpasser. Hey, Jimmy! Habt ihr schon immer Krotos in Gremlins gespielt? Es ist wirklich krank! Du kannst totaler Heroin sein! G'day! Hi, da! Du musst wirklich weinen, wenn du nervös bist! Ich mache. Ich bin nervös. Hey, Algernon! Ich habe nicht gehört, dass du auf Pinkeln. Hallo! Hallo! Komm, Digi! Hallo! Komm, Digi! Du musst doch! Ja, komm, Digi! Oh Gott! Halt uns doch nicht immer auf, ey, ihr Narren, ey! So und so und so! Jetzt hört doch mal auf hier! So! Das ist ein Schlamm! Was für ein Schlamm? du musst auf Klo man komm her so hier geht es rein so komm mit so haben wir hier rum so auch hier sind die Stiletten hallo hier ist gerade besetzt so und du so du stehst wieder auf du kohle kohle gott bist du fertig genau man sollte ich immer die Hände weg ach jetzt auch noch zu sein Spind dahin na gut so hier 5 Dollar haben wir bekommen ok und schon wieder unerlaubtes betreten ok dann gehe ich mal nach draußen so hallo was ist denn hier los was ist denn was ist denn was ist denn rein in die gute warme Stube was haben wir denn hier hier hallo was denn so reicht das so ich nehme mal deine Feuerlöffel mal gucken was ich damit machen kann Feuerlöxen oder so Feuerlöxen oder so dann lege ich mich erst mal schlafen aufstehen ist schön aufstehen ist schön so Moment einmal kurz speichern so was ist jetzt gelegentlich bitten dich Personen Boten Gänge für sie zu erledigen ok sie haben blauen Pfeil über den Kopf blablabla und so so ich werde deine Hilfe brauchen mit dem ja ich bin danke ok das Paket stecken wir schon in den Ars na dann wir können nicht zufällig das Paket selber öffnen oder sowas ja 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 hi ich habe ein Paket für dich ja kriege ich jetzt einen Kuss von dir oder was 5 Dollar in Ordnung ok 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 na kleine so so dann gehe ich hier rein denn hier drin ist auch noch ein x ehrlich gesagt ein Stern unerlaubtes ey du alte die diese Schlampe genau ey jetzt machen wir eine richtige Schlampe ja mal fertig das kann doch auch nicht wahr sein oder was oder 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 Ach. Das ist wichtig. Sie hat meine Läbnoten verloren, ohne sie werde ich in die Chemie verlieren, und ich werde nie in die Med-School kommen. Jetzt werde ich nicht finden, dass ich den Kanzler gefunden habe. Im Grunde der ganzen Welt ist auf diese Läbnoten. Was ist für mich? Na, wenn du sie wiederholenst, dann werde ich dich besuchen. Oh, das ist okay. Okay, aber wenn du nicht, dann werde ich die ganze Läbnoten sagen, du bist ein bisschen schuldig, der auf die Mädchen geändert hat. Entschuldigung, eine Läbnoten kommt. Komm her. Ah, gut. Hey, Gary, ich muss etwas von Mandi's locker. Ich bin nicht überrascht. Du weißt, du solltest du eine Stinkbomb in da sein. Das wäre lustig. Du gehst einen von Fatty. Er weiß alles über Stinking. Ich besorge dir von Fatty ein paar Stinkbomben. In Ordnung. Dann besorge ich mir mal ein paar Stinkbomben. Wo ist er denn? Hier ist er nicht. Ach, lass mich doch in Ruhe. Der Pimmel. Der Pimmel. Kling, kling, kling. Hauptsache da. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin ein Traum. Ich bin ein Traum. Ich bin ein Traum. Ich versuche den Traum. Ich versuche ihn zuerst. Ich werde ihn nicht mehr. Ich werde ihn nicht mehr. Ja! Ok, dann gehe ich mal hier runter, das ist ja gut, Baby, so, oh Moment, 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 Moment. Hm. So, ja, ist ja gut, Mann. Oh, komm doch mit mir, ey, mein Bett ist frei. So. Ne, 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 ne. Ich habe hier was zu tun, ich kann keinen Unterricht machen. Für Unterricht wird eh nicht bezahlt, aber hier für die Botengänge wird bezahlt. He, 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 he. Du, 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 du. Moment, da kommt einer. Du, 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 du. Okay, raus hier. So. Hallo. Darf ich mitmachen? Ja. Oh, Jimmy. Danke. Du bist wunderbar. Du hast etwas auf deinen Lippen. Danke, dass du mein Partner für dieses, äh, Projekt. Okay. Sie mag mich. Wenn ihr mitmacht, nehmt erst deine Geschenke immer an und will dich küssen. Oh, ja. Hoffentlich kommt noch mehr dabei raus. Ha, 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 ha. So. Dann ist es jetzt hier Mittagszeit. Wir gehen jetzt alle essen. Hm. Die Dicke brauche nichts mehr. Die hat ja schon. So. Dann gucken wir mal. Hier ist auch noch ein Stern. Mit einer Aufgabe. So. Verteidige. Buki. 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 Sorry for that goal. Stop. Gary. I'm trying to watch this. Ah swim team! Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasy? Just get out of the way. Oh, Marian, show me your breaststroke again. Or. Wait. Do you like the boys on the team? Yeah. Right, Gary. Was ist das, Petey? Ich sehe, dass ihr euch zusammen geht, wie immer. Ich bin einfach... ...zurechtet euch. Ich werde ihn in einen Mann, oder eine Frau, oder... ...wasch. Hey, Jimmy! Hey, Petey! Oh, Petey! Gut zu sehen! Hör, Jimmy! Ich brauche einen Wunsch. Bucky ging in die Auto-Shop, um ein paar Teile für seine Forschungsprojekte zu bekommen. Er hat noch nicht zurückgekommen. Ich denke, er könnte in Probleme sein. Bitte? Warum nicht selbst gehen? Ich habe Arbeit. Okay, ich bin Angst. Und ich habe eine Weakblattung. Ich denke, die Bullies haben ihn bekommen. Bitte, ich schaue ihn. Ich sage, schaue ihn. Es ist eine gute Chance, zu zeigen Russell, die hier in charge. Jetzt geht es weiter, Petey Stain, bevor du auf den Karten schraubst. Ja. Wir müssen uns über Russell und seine Jungs. Und dann, nachdem wir alle anderen Klicks machen. Soon, diese Schule wird unseres. Ich will nicht die Schule. Ja, ich bin, Mann, und ich intend zu verstehen. Ich verstehe es. Geh auf die Tür. Und was sollst du tun? Ich habe Planung, was zu tun. Geh es weg. Entschuldigung. 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 Hilfe! Geh aus der Klemmel! Na schön. Wenn ihr das fettsteckt in der Klemmel. Ja. Soo. Oh Bucky, 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 der kriegt da irgendwie eines aus dem Maul. Was? Whoa, that smell is just raw stock of the school. That last dog, man, quite that in a way. Oh, so you're gonna start fighting, punk? Are you afraid? You can't mess with... Oh God, my ribs. Don't look at me. You moron. You think you're tough, huh? Na? You lame jerk! Idiot! So. Don't lie there and cry like a girl! Sorry, pal. That was my bad. Okay, I'll come with. Bucky, you're pathetic. Hallo? Boah, Moment, 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 hier. Mama is better! Don't stop! This is great! Whatever. Having fun? You ain't nothing, loser! What's going on here? Do you know him? Oh yeah! So, come, get in there. I can't believe, I gotta see on my English set, that's so good! Na gut. Aber die Knübel nehm ich nicht. Den nehmen wir mit. So. Hey, where are you? Bam bam! Cloppe, 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 cloppe. Dein Kopf ist ja so hohl, man. Ja. Why are you doing that? Ha! Hola. Hi, what's up? Hello. Oh man, there's no energy. I thought I was your night, Nick! Gotta use the right tools for the job. I'm trying to be weird, but did you do stuff with Mandy? Damn it, kids! Keep it down! Nice to know there's a violent crazy old man on campus. Thanks to me, that's great. Here, take this! Okay. So, jetzt kann ich damit rumfahren. I should teach lessons or something. Okay. Okay. Ja, momentan einer rum. Wee! Es macht Spaß, es macht Spaß. Wee! Haba! Wee! Ich fahre, fahre, fahre einmal hier so rum. Yippie I home! Hallo! Du griffst mich nicht! Ich bin hier schneller, denn ich habe Räder. Hui! Hallo Kleine, guck mal! Ich habe Räder unter meinen Füßen. Haba! Das klappt sogar ganz gut. Du 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 du! Schnibbelibim! Schnibbelibum! Hi! Juhu! Ich freu mich. Uuuu! Okay. Gibt es noch eine Aufgabe? Der Kandidat. Wo ist Kandidat? Kandidat ist da bei der Glocke. Ich hau dir eins auf die Glocke. Das Dortmars ist nur in der Woche. Hm. Na schön. Dann würd ich erst mal sagen... Hallo. Lässt du mich hier los? Lässt du... Alter! Lala-lala-lala-lala-la-la-la-la. Hau da! Hi da! Du bist ein Idiot, du kennst das? Komm schon, Sandy! Du kannst das mit Russell durch! Ich bekomme immer meinen Mann! Nö, 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 was denn, was denn? Ich hab doch nichts gemacht! Ah! Ja klar, wer kommt der zweite an? Mit dem zweiten kloppt er sich besser weg! Der Kandidat! Okay, so konnte ich die Erwähne nicht loswerden. So, fangen wir uns nochmal an. Klass-pre-s-ten. Klass-president, Dummy. Es sagt Klass-president. Das ist du? Ich bin der größte Kandidat, ich weiß. Ja, so ist deine Mutter. Ja, richtig. Oh, nein! Don't forget die Wife! Wie ist die Kampagne, Ernest? Du wählst für mich, nicht? Ja, nicht eine Chance. Was, wenn ich dich betalte? Du betalte mich? Jetzt sprachst du. Ich wusste immer, ich war ein BORN-Leader. Ja, aber wenn du bei jeder Worte wählst, wirst du niemals gewinnen. Weil sie definitiv werden, wirst du in der Debatte verletzieren. Oh! Unless ich habe einen Sicherheitsmanager. Oh, bitte! Bitte! Ich weiß nicht, Sicherheitsmanager, sie kosten viel Geld. Oh, ich habe Geld! Ich kann dich betalte! Geh zum Balkon. Äh... Gut! Ihr Lieben da draußen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich... Mach's gut und... Bye-bye! Bye...